Die Gala-Form, Team Yell, zwei neue Rivalen, darum geht es jetzt hier in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir den neuen Trailer zu Pokémon Schwert und Schild analysieren. Ja, ihr habt ja gerade schon gehört und den Subnail entnommen, worum es heute geht. Wir werden uns jetzt als erstes gleich einmal den Trailer komplett anschauen und danach werde ich auf die einzelnen Punkte eingehen und wir werden nochmal drüber sprechen. Also viel Spaß bei dem Trailer. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, die Gala-Form. Da haben wir zum einen Gala-Smog-Mog. Ja, Gala-Smog-Mog vom Typen Gift-Fee. Eigentlich eine coole Typen-Kombination. Wenn man überlegt, Gift ist immer gut gegen Fee gewesen. Jetzt ist das Ganze hinfällig, weil einfach, ja, wie gesagt, man kann es halt damit nicht angreifen. Und das Einzige, was noch gut wäre, ist dann Typ Stahl. Aber wie gesagt, den muss man ja auch erstmal haben oder eine Attacke vom Typ Stahl haben. Und das ist ja nicht unbedingt, hat man nicht unbedingt dabei. Typ Boden wäre auch gut. Allerdings eine Fähigkeit ist Schwebe. Ja, die hatte Smog-Mog damals schon. in seiner normalen Form. Und die neue, also es wird wahrscheinlich noch eine neue Fähigkeit bekommen. Die ist aber noch nicht bekannt. Also deswegen stehen noch die Fragezeichen da. Ja. Was wir noch gesehen haben, das ist auch komplett neu. Das ist auch das aller allererste Mal. Und zwar... Zixas bekommt eine Gala-Form. Geradax natürlich dann auch. Und es kann sich entwickeln. Das erste Mal, dass es eine Gala-Form entwickeln kann. Sonst haben wir ja ab und zu mal Mega-Formen gehabt. Die sind dann... Ja, wie soll ich sagen? Haben dann den Typen auch verändert. Und das war wie so eine Entwicklung, aber nur für den Kampf. Halt... Ja, man musste aber auch ein Item anlegen. Jetzt kann es sich generell entwickeln. Ja, Geradax ist ja an einen Dax angelehnt. Und scheint hier auch das neue Signature-Pokémon von dem neuen Team zu sein. Von dem Team Jell. Ja, dann haben wir noch ein neues Pokémon bekommen. Und zwar Moro-Peko. Oder Moro-Peko? Ja doch, Moro-Peko heißt es. Das kann zwei verschiedene Formen annehmen. Ups, sorry. Und zwar hat das den Typen Elektro-Unlicht. Und er hat einmal seine Papsat-Form. Dann ist seine Typ Aura-Rad. Vom Typ Elektro. Und hat seine Form Kohldampf-Muster. Und sein Kohldampf-Muster bewirkt, dass das Typ... Also die Attacke Aura-Rad vom Typ Unlicht ist. Ja, wieder eine richtig coole Sache eigentlich. Wobei das Pokémon, was ein Hamster ähnelt oder ich weiß nicht. Oder von mir aus auch ein Meerschweinchen. Ist halt schon wieder so Pikachu-mäßig. So jede Staffel gibt es irgendwie so eine Pikachu-Form. So langsam. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Andererseits ist es eine coole Idee. Aber irgendwie wieder so ein Pokémon. Weil es Typ Elektro hat und Elektromais nicht so viele gibt. Kann man es überlegen, vielleicht ein Team zu nehmen. Aber irgendwie... Es haut mich nicht ganz so um. Das ist genauso... Ja, also meine Meinung zu Geradax. Zu der neuen Gala-Form. Ich finde es eigentlich relativ cool. Vor allem die Weiterentwicklung. Das sieht schon recht cool aus. Der Typ ist natürlich nicht so geil. Weil kommt ein Kampf-Pokémon oder eine Kampfattacke. Dann vielfach Schwäche. Nichts zu machen. Smog-Org optisch haut es mich nicht so um. Aber der Hintergrund bei der Story, dass das im Prinzip die dreckige Luft in Gala ansaugt. Und über seinen Zylinder oder Kamin, den er auf dem Kopf trägt, quasi aus der dreckigen Luft wieder saubere Luft macht. Ist so wie Slimer-Slimog bei der Alola-Form. Die den Müll gefressen haben und im Prinzip dadurch die Insel sauber gehalten haben. Ja, von der Hintergrund-Story her finde ich es eigentlich relativ cool. Optisch gesehen. Also Smog-Org wird wohl keine Gala-Form bekommen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Pokémon von der Edition X und Y, dass die einen neuen Typ bekommen. Weil das ist ja Frankreich gewesen. Frankreich ist in der Nähe von England. Und ich denke mal nicht, dass die Klimazone da anders ist. Also die ist nicht anders. Und von daher Schwachsinn eigentlich. Deswegen eigentlich schade. Den einen oder anderen hätte ich gerne da nochmal in einer anderen Form, in einem anderen Typen-Kombi gesehen. Aber naja, trotzdem kann man nicht meckern. Die finde ich jetzt relativ cool. Ja, dann haben wir unsere neuen Rivalen. Einmal Betis. Ja, der Name ist auf jeden Fall, ich finde den cool. Der ist zwar ein bisschen, ja, ich sag mal für den deutschen Sprachgebrauch gar nicht so bekannt. Beziehungsweise ich habe ihn das erste Mal gehört. Aber ich finde eigentlich cool, weil das ist was Individuelles. Und der Typ, also er sah es aus wie so eine Oma. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man den Typ eigentlich cool. Also seine Shucks und so auch seinen lässigen Style eigentlich. Der hat irgendwas. Ich finde den ganz cool. Muss ich ehrlich sagen. Von den Rivalen finde ich den am coolsten. Und dann kommt da noch Mary dazu. Ist im Prinzip, sie will, also die Hintergrund-Story bei Mary ist, sie will Pokémon-Meisterin werden. Und hat so seinen eigenen Fan-Club. Also so ein bisschen so wie dieses Ziel damals bei Team Flair durchzubringen. Und wo die einfach irgendwelche Unterstützung gesucht haben. Ich sag mal, irgendwelche, fast schon Sölden angeheuert haben. So hat sie ihren Fan-Club und versucht Fans zu gewinnen, die sie pushen und für sie kämpfen. Und versucht wahrscheinlich mit allen Mitteln nach oben zu kommen. Und ja, sie unterstützen die. Und man sieht das auch ganz gut bei Team Jell. Sie haben die so Fanscharts dabei und so Tröten. Und ja, scheinen wohl immer so ein bisschen Radau für sie zu machen. Also ein bisschen Unterstützung zu geben. Ja, ist ganz cool. Team Jell. Man hätte ein cooleres Team einbauen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Team Jell hört sich auch nicht so mega geil an. Aber der Hintergrund davon. Vielleicht gibt es ja noch ein anderes Team, dass es wirklich nur ihr Fan-Club ist. Und naja, haben wir bei der letzten Story auch gesehen. Sie sollen noch nicht gar nicht alles verraten. Von daher, so schon ganz cool. So, jetzt zum Abschluss nochmal ein Gesamtfazit. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Trailer, der war bis jetzt mit der beste. Aufgrund von diesem Ultra-Diamon-Maxing und weiß nicht was, alles nicht so feier. Und ich Team Jell, beziehungsweise die neuen Rivalen, eigentlich relativ cool finde. Gala-Form bringt die Spannung rein. Einfach aus dem Grunde setzt zum Beispiel einer ein Zichters ein. Da weiß man nicht. Setzt er das normal ein oder setzt er jetzt die Gala-Form ein? So, okay, bei dem kann man jetzt normal, unnicht oder normal, kann man Kampf gegensetzen. Wäre kein Problem. Aber wenn andere beispielsweise bei Smog-Mog und der hat dann eine andere Fähigkeit, beziehungsweise eine andere Typen-Kombi, wird es natürlich dann schon schwieriger und interessanter. Da kann man natürlich auch fehligen, da auch man die neuen nicht kennt. Und wenn da neue Namen kommen und man sich die vorher nicht alle so einstudiert hat, kann es natürlich spannend werden. Ich, da ich auch ein bisschen die News mache, komme nicht drum rum und habe schon die neuen Namen ziemlich gut drin. Aber wie gesagt, das ist trotzdem alles noch spannend, weil man die Pokémon ja trotz alledem nicht so gut kennt. Und ich freue mich schon mega auf das Spiel. Ich muss sagen, anfangs war ich nicht so von überzeugt, mittlerweile habe ich schon Bock. Ich hoffe, ihr habt auch schon Bock und seid dabei, wenn wir unser Let's Play starten. Wir werden einmal die Schwert-Edition spielen. Da werde ich ganz normal auch kommentieren, meine Meinung sagen. Und wie gesagt, das Ganze mit euch interagieren und spielen. Und da wird es einmal die Schwert, ein Let's Play zu Schwert geben. Da wird gar nicht geredet, da wird einfach nur gespielt. Wenn ihr keinen Bock auf Gelaber habt, dann könnt ihr das angucken. Und wie gesagt, es gibt ja auch Editionsunterschiede, auch andere Arena-Leiter. Das wurde ja auch schon bekannt gegeben. Und das finde ich auch eine coole Sache. Nicht nur, dass ein paar Pokémon unterschieden werden, sondern auch wirklich einen Grund gibt, dass man sich beide Spiele holt. Und finde ich auf jeden Fall schon sehr cool. Ich hoffe, es wird nicht mehr zu viel. Wir haben vorab bekannt gegeben. Ein paar Sachen können sie natürlich noch ein bisschen in den Hype aufbauen. Es wird wahrscheinlich noch eine riesige Überraschung geben. Einen Spielmodi oder irgendwas Besonderes. Und darauf freue ich mich auch immer sehr, sehr... Also da freue ich mich sehr groß drauf. Weil das ist eigentlich so das, was ein Spiel ausmacht. So Veränderungen. Und ich sage mal, die Grafik, auch die Animation bei den Rivalen. Ist auch richtig, richtig cool. Also wie gesagt, da haben sie sich auf jeden Fall Mühe beigegeben. Ein paar coole Pokémon noch dazu. Nicht zu viel bekannt geben. Dann läuft das schon. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt oder generell so ein bisschen auf meinem Kanal auch andere Spiele, Let's Plays gucken wollt, lasst gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke, damit ihr gar nichts mehr verpasst. Und macht bei dem Gewinnspiel mit. Alles findet ihr auf meinem Kanal und einen Link in der Videobeschreibung. Da kommt ihr direkt zum Gewinnspiel. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein, macht was Schönes. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.